Wie haben das Leute früher ausgehalten ohne Strom? Bei mir, ich hab tausend Lichter in meinem Zimmer, aber imagine, ich hätte kein einziges Licht und früher war's ja so. Jetzt angenommen, wenn ein Einbrecher kommt. Abgesehen davon weißt du nicht, dass das ein Einbrecher ist, weil du keine Ahnung hast, du siehst sie nicht. Auf jeden Fall hörst du jemanden, hast wahrscheinlich so eine Kerze oder so neben dir, hältst hoch, siehst keinen, Kerze fällt runter, plötzlich merkst du, da ist jemand, Digga. Einfach Schattenboxen im Dunkeln, Junge, gegen Einbrecher, Digga. Oder wenn Leute aus dem Klo gegangen sind, wie sind die denn aus dem Klo gegangen? Einfach die ganze Zeit daneben gekackt oder was, ich versteh's nicht.